Oh, hey! Psst, nicht so laut! Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei, ein halb, eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Klitis da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch! Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Bäh! Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Klitis ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Sind wir alle verloren. Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ist glaube ich besser, ja. Darum ist Klitis der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjamjam. Wofür? Hat dir Baby Goal schon alles erklärt? Ich wollte. Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber Nanu? Ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawall Goal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir drei Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins... Ich... Zwei... Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen Brennen den Kadaver hinab schaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So! So, und nun? Ja, schalten wir mal das Programm um, würde ich sagen, oder? Wenn wir die Vermittung schon haben. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's ne Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese... Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Ew! Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ja, ich habe aber gerade ein Déjà-vu. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter. Ladies, Ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus. Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja. Da war ja was. So. Wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na warte. Wui. Bisschen heiße Luft, ne? Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? Tja. Wo ist er hin? Das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist, wo wollen wir jetzt hin? Hier ist ja nichts mehr, oder? Nee, hier ist nichts mehr. Hm. Ich kann hier nichts machen, außer wieder zurückgehen und die Kontrollen benutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt sehr klug ist. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Cletus hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Oh, oh. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Oh, oh. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Tja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es ja nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot, hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich habe dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Julisses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan. Oder? Also. Inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm. Da fällt dir nichts mehr ein. Was? Äh. Was können wir jetzt hier drin machen? Können die Bombe starten? Du Schwachkopf. Was tust du? Tch. Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille. Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Was tust du? 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 Huch. Aha. Okay, und jetzt? Äh, war es das, oder wie? Und jetzt? Ähm, muss man das jetzt verstehen? Ich will jetzt immer weitermachen, oder was? Dammit! Ach so, funktioniert das also? Ich habe das System durchgeschaut, ja? Kann ich jetzt...? Oh, Moment. Dammit! Oh-oh. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber... Aber... Das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Und jetzt? Können wir die benutzen? Zum letzten Mal! Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung! Ich weiß! Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will! Dir geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak! Gib mir jetzt die Fernbedienung! Oder wir fliegen alle in die Luft! Die Bombe tickt! Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt! Hilf mir hoch! Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar! Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Äh... Naja... Naja... Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Ich glaube, ich sollte in diesem Fall ehrlich sein, oder? Hm. Äh... Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein. Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal! Goal, lass mich nicht hängen! Ich habe dir doch alles gesagt! Goal! Na, Rufus? Hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch. Du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt rum? Psst! Tja! Sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten? Dass ich nicht lache! Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Ähm... Okay, Themenwechsel. Moment. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Das hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog. Der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Ähm, du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Und weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein! Das kannst du nicht tun! Cletus! Goal gehört zusammen! Wartet! Ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch. Oh-oh. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Rufus. Alle mal aufgebascht. Es ist Rufus. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass uns schnell alle zusammendrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du... Aber... Warum bist du nicht bei Cletus? Tja. So verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosionen hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosionen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja. Ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Oh Gott. Der arme Cletus. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter. Es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ja doch. Oh oh. Kletus tut mir jetzt schon leid. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nicht. Argus' Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen. Und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen. Abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage. Und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren. In Untergrundorganisation. Aber es ist egal. Lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Und ihr auft uns sowieso. Ey, wo soll ich denn wohnen? Hossa, wie wär's mit Heilbrom? So, und damit haben wir Chaos auf Deponia durchgespielt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Projekt. Ich hatte es auf jeden Fall auch, wenn ich natürlich ein absolutes Anti-Talent für Adventure-Spiele bin. Weshalb ich blöderweise ab und zu mal die Komplettlösung brauche. Aber das habe ich ja bei Point-to-Click-Adventures tatsächlich ab und zu mal. Weil ich schlichtweg einfach geistig nicht in der Lage bin, solche Spiele allein zu lösen. Ich bin nicht unbedingt der rätselstärkste Typ der Welt. Aber naja. Ich gebe es ja wenigstens zu und mache es nicht im Geheimen. Das machen ja auch manche. Aber ich denke mal, das geht schon in Ordnung. Das hier wird übrigens das letzte Projekt auf diesem Kanal sein. Ich habe mir vorgenommen, wenn das Projekt beendet ist, wird ein neuer Kanal kommen. Dann werde ich umziehen und das ist jetzt soweit. Also wird es jetzt bald vermutlich so sein, dass ich auf einen neuen Kanal umziehe. Der ist auch schon erstellt und alles drum und dran. Das kommt dann auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß am Spiel. Ich hatte es. Und ich finde es immer wieder gut, dass der Delic Geschichten auch schafft, die nicht unbedingt immer so schwarz-weiß sind, die nicht immer in Heldentum enden, sondern auch mal zum Nachdenken anregen. In diesem Sinne, das war bei Night of the Rabbit schon so. Das war jetzt auch bei Deponia und Chaos of Deponia so. Wobei es ja noch einen dritten Teil gibt, der vor ein paar Tagen erst erschienen ist. Und den werde ich auch irgendwann spielen auf dem neuen Kanal. Allerdings weiß ich noch nicht wann. Ich kaufe die momentan noch nicht, weil er für mich momentan keine so große Priorität hat. Das heißt also, es kann sein, dass momentan kein Adventure kommt. Und dann irgendwann halt der dritte Teil von Deponia. Der kommt auf jeden Fall noch, aber bisher ist er noch nicht in Sicht. Bisher kann ich noch keine definitiven Termine nennen dafür. Ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt die Credits noch schön durchlaufen. Musik habt ihr leider keine wegen den lustigen Bugs, die da mit der neuen Version kamen. Aber ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Projekten, die jetzt noch zu Ende laufen. Und ich hoffe, man sieht sich auf dem neuen Kanal. Und bis dahin. Servus. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018